Ich bin die Typerin geworden und deswegen stelle ich euch jetzt vor. Okay. Ja. Bla bla bla. Wir machen jetzt einfach eine coole Choreo zusammen. Und ja, wie gesagt, wir machen ein kleines Warm-up. Also ich hoffe, ihr seid ready to dance. Und habt vielleicht schon davor euch ein bisschen schon bewegt, weil es noch im Bett liegt. Dann raus mit euch. Und ja, schnell knackig und dann starten wir auch. Wie gesagt, gebt mir irgendwie gerne Feedback. Ach ja, die kann man auch so. Meine Assistenz hat geschwunden. So, guck. Eigentlich würde ich nur noch gucken werden. Und dann, gebt ihr mir gerne Feedback, wie Lautstärke und wie und was und so weiter. Und glaube ich auch wirklich zu viel Rede. Let's go. Meine Assistenz geht gerade zur Musikanlage. Die Kino von 3 zu 1 an. Und dann werden wir jetzt erstmal auf. Ich wollte schon immer wieder über den Rant. Ihr könnt meinen Kanal abonnieren. Das ist fair. Die Kino von 3 zu 1 an. 12 lach, das ist hard und jetzt noch eineves Covid-up. Dad binnen, die Leute sind mal sehen, auch in Richtungか Abonniert, dann geht das nicht weiter. Dad binnen, die Leute fahren, hab die Fahrzeieiffe Gugel. Sixño ganhar-tоду. Es gibt einen, dann siehstcht die größten vor. So find your way back Come, I come, get you that phone Find your way back Find your way back Ladies, let's go down here, we'll go back to the start It's been a long time for under who it was Circles the night for one day, I might not make Circles the night for one day, I might not make But you just gotta Make me grow, don't you gotta play Find your way back Don't let it stop driving for a reason Find your way back Come, I come, get you that phone Find your way back Find your way back Daddy used to teach me your mind, move Wander around, run around, get out of my shoes Lady, baby, child, let's not like you Oh, I'm child, let's not like you Daddy used to teach me your mind, get my kids Daddy used to teach me your mind, get my friends On a marathon, get around my friends Find your way back Make me grow, don't you gotta play Find your way back Don't let it stop driving for a reason Don't let it stop driving for a reason Don't let it stop watching that phone Find your way back Find your way back Yeah Yeah Take my way back All right All right Good So, das war's mit von mir. Okay, ich glaube ihr seid ein bisschen warm. Ich werde nicht so lange hier rum mich aufwärmen, sondern anfangen. Ich hoffe ihr seid ein bisschen zu euch gekommen und seid ein bisschen organisiert. Wir beginnen mit folgenden Schritten. Und zwar stehen wir super stabil und haben dann so ein schweres, lässiges Fallen nenne ich mal. Also das Fallen ist so, aber wir springen so ein bisschen vertieft. Das heißt, Strom, Strom. Und der Fokus ist darauf, dass es lässig und, wie heißt das, erdig aussieht. Also nicht nach oben, sondern eher tief. Okay? Wichtig ist, dass das rechte Bein dabei gebeugt ist und nicht irgendwie auf gestreckten Beinen und so springen. Das heißt, sieben, acht. Step, step. Okay? Da kommt ihr erstmal ein lässiges Move rein. Und dann habt ihr einen Schritt mit links nach vorne. Ja, so ein Touch. Also wir haben, mach, bam, bam. Tipp. Tipp. Recht nach hinten, links nach vorne. Dann drehen wir und haben dann... Okay. Wir führen sozusagen die Bewegung weiter aus und zwar nochmal von vorne. Wir haben hier Bounce, Bounce. Step, 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 Turn. Dann folgt der Körper. Und jetzt landen. Tipp. Okay. Wir haben hier diese Horde mit rechts. Der Körper folgt. Wir haben links, rechts, links. Und wenn links rankommt, kommt auch der Kopf dazu. Das ist alles zum Probenwerde weniger. Yes? Oder yes? Okay. Bedeutet? Yes? Yes. Okay. Davor gibt es ein Intro, erkläre ich aber später. Wir kommen, wie gesagt, lässig rein und haben. Bump, Bump, Step, Step. Rechts, links, Drehung. Folgen mit dem Körper haben. Rechts, links, rechts, links. Und hier geht sozusagen richtig alles los. Das ist so ein smoothes Reinkommen. Nochmal. Fünf, sechs, sieben, Bump. Wir haben Bump, Bump, links, links, rechts, rechts, Turn, folgt. Klick, 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 klick. Ich habe es extra schneller gemacht, weil das auch beim Original deutlich schneller wird. Hier ist es super lässig. Vor, Bump, A, R. Uh. Klick, 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 klick. Okay. Das wird generell alles ein bisschen schneller sein, aber don't worry, we have to. Nochmal. Fünf. Bisschen schneller, fünf. Sechs, sieben, Bump. Wir haben Bump, Bump, klick, 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 klick. Step, step, step. Okay. Ich hoffe, ihr kommt mit. Ähm. Wir. Ach so. Ja, ich musste kurz das andere denken. Gut. Wir haben sozusagen vier, acht vorweg zum Reinkommen. Bei der dritten acht fangen wir an das zu machen. Okay. Nochmal zusammen. Fünf. Sechs, sieben, go. Bump, Bump. Step, 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 step. Turn and step, step, step. Okay. Ähm. Hier angekommen, haben wir folgendes. Hm. Mit diesem Schritt haben wir auf der Lyrics bezogen, watch your back off, sagt er. Wir haben rechts, links. Rechts, links. Wir machen die Beine. Nochmal sieben, go. Step, step. Und dabei richte ich mich auf. Ich bin von tief nach unten. Okay. Seven. Hey. Oh. Okay. Dabei folgt der Arm und irgendwas mit watch. Okay. Aber es wird alles ziemlich schnell sein. Nochmal. Los geht's. Bam, bam. Und dann richtet sich dieser Arm auf. Und der linke kommt dazu. Wir haben. Watch. Um. Watch your back. Das ist k. Okay. Sieben. Ah. Watch your back. Off. Kick. Ihr hört ja in der Musik so einen bestimmten Sound. Und das ist wirklich sozusagen das Auskosten von dieser Bewegung. Und dann ein Bum. Was die Füße machen, zeigt gleich. Nochmal. Mit dem reinkommen. Fünf. Sechs. Seben. Und. Tick. Tick. Boom. Boom. Tick. Tick. Turn. Step, step, step. Boom. Und. Watch your back. Off. Ich bin klein, weil das ist ein bisschen falsch. Aber circa ist das. Okay. Also die Bewegung ist in dem Stil. Okay. Ich würde sagen, wir empfinden. Okay. Wir gehen nochmal mit der Musik vielleicht. Das muss ich schon mit dem ein. Damit ihr wisst, was ich meine. Ja. 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 Okay. Das ist so zum Verständnis. Okay. Okay, wir machen das noch einmal zusammen, weil ihr merkt, es ist deutlich schneller, aber okay, wie gesagt, wir haben 4-8, bei der 4. steigen wir ein und das S ist so zum Eingrufen, das heißt der Anfang ist 5, 6, 7, 4, wir haben Bounce, Bounce, Step, 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 Turn, wir versuchen mit dem Körper noch frontal zu bleiben und ganz bis zum Schluss, wo es schon gar nicht mehr geht, erst mitzufolgen, dann haben wir, und mit rechts geht es weiter, rechts, links, rechts, links, das ist super tricky, weil ihr müsst euch platzieren dadurch und sozusagen den sicheren Start dadurch haben. Nochmal machen wir zusammen, wir haben hier Bounce, Bounce, das ist lässig, da könnt ihr mit den Armen ein bisschen machen, wie ihr möchtet, dann haben wir hier rückvordrehen und jetzt bin ich hier komplett überkreuzt und schnickschnack und hab dann rechts, links, rechts, her. Versucht auch so einen harten Muck mit dem Kopf zu machen, ja, also nicht schlafe, weil Corona, sondern Corona, okay. Also wir haben 5, 6, 7, 8, Bounce, Bounce, Step, 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 Boom, okay. Und wenn wir hier angekommen sind, geht's los und wir haben Bounce, 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 Back, Off, Boom, wir gehen weiter. Wir haben hier, wir haben hier, klick, 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 drehen und es ist wichtig, Step, Step, Boom, boom, okay, nochmal, wenn ihr euch ja meinen MC, 5, 6, 7, 8, Step, Step, Boom, boom, klick, okay. Machen wir noch einmal mit Musik, bis dahin machen wir alles weiter, von vorne gerne. Machen wir noch mit Musik, bis dahin machen wir alles weiter, von vorne gerne. Okay, wie gesagt, ich hoffe ihr kommt mit und wir machen einfach mal weiter und zwar, wir sind angekommen mit diesem Berg hier und bei dieser Drehung, Schritt, 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 Quatsch, genau, wenn die Arme hier runter gehen, dann drehen wir uns und fallen auf das linke Bein und rechts geht hoch, heißt, boom, okay, haben klick, 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 boom, ding. Setzen rechts auf, wenn wir rechts absetzen, drehen wir uns wie so ein Penzeltal und haben also Back, Off, Click, haben dann absetzen, die Arme kommen ran, wir drehen uns und wenn die Arme hier sind und wir rechts aufsetzen, kommen die Arme dazu und wir drehen uns. Ich weiß nicht, wir sind hier angekommen, nochmal mit dem Kunden, damit wir wissen, wo wir sind, Achtung, 7, 8, Step, Step, boom, boom, drehen, turn und wenn wir so ein Ankommens, leiten wir oder fallen wir sozusagen in so einem Schritt auf, Schritt auf, okay, und der Fokus oder das Gewicht geht nach rechts, aber wir gehen auch ein bisschen nach rechts, ran und nach links, ran. Okay, nochmal von diesem Randstellschritt, 8, 7, da haben wir Step, Step, boom, boom, turn, klick, turn und hier ist so eine Mini-Pause, wenn wir gemacht haben, tapp, tapp, drehen, Mini-Sekunde, gefühlt, hört ihr bei der Musik zum Ankommen und dann geht es sofort hier rein und links. Achtet darauf, dass ihr euch nicht komplett hier ausruft, ja, so denkt nicht, oh nice, chill, so, das ist direkt wieder die Kraft von rausziehen, wieder rein, das heißt, boom, boom, okay, dass ihr da nicht nachgeht. Okay, dann machen wir bis dahin eine Musik. Alles soweit gut? Sehr gut. Ähm, genau. Wichtig ist auch hier, dass es nicht so super, super fast ist bei dem Drehen, heißt, wir haben hier dieses Reinfallen, Aufsetzen und dann so ein bisschen ge-chinter, ja, also, wuuuuh, klick, okay. Ähm, haben also hier, boom, 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 step, auf, ich glaube, hab ich das gesagt, das wird jetzt auf links drehen? Wir drehen uns auf links. Tak, tak, nee, wir drehen uns auf rechts, quatsch, wir drehen uns auf rechts, drehen nicht, so. So, so wie am Anfang, ja, dann rechts drehen, ankommen und haben dann auf, auf, okay. Dann, ähm, kommt sozusagen jetzt, zweite Part jetzt, ähm, und wir haben so ein bisschen Star-und-de-Yard-Sound sollten wir machen. Also achtet darauf, dass ihr diese Bewegung macht und dabei, dass ihr vielleicht so anhört, weil, da ist es richtig. Wir haben, ähm, O. 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 Okay, wir haben links, dann die Hacke von rechts hoch, klatsch, absetzen. Okay, das heißt, Step, O. O. Okay, damit zusammen, sieben, acht und O. 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 Okay, das hören eigentlich kein Mensch, aber, ähm, wenn das jetzt beim Üben klappt, dann ist der Schritt richtig. Achtung, fünf, sechs, sieben, O. O. Okay, und das alles ist dennoch sehr lästig und wir sind ziemlich tief dabei, okay? Also macht jetzt keine zu machen, sondern auch hier reinfallen, ich bleibe tief, klapp, klapp, okay? Also wir sind hier angekommen, da, 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 auf links, links, drehen und auf, aufhaben. Dann, okay, dann machen wir noch eine Drehung. Unser Arm ist hier an der Seite und links ist so angewinkelt und wir drehen uns auf links, auf links, okay? Okay. Und zwar haben wir hier das Ding, Ding, Ding absetzen, auf links drehen und haben dann so ein ähnliches, wie das aufgehend, aber ein bisschen kleiner gehalten, haben dann ein Wum, Wum. Die Beine, also rechts geht raus, Step ran, links ran. Und der Fokus ist aber mehr im Oberkörper, wir haben so ein Kick, Wum, okay, das so ein bisschen ins Rausschießt, aber dann wieder einsammelt. Von vorne nochmal langsam, also wie gesagt, das Intro lasse ich einmal weg, wir haben, ne, Step Step, ab den Kopf, schauen, wir haben, watch your back off. Kick, auf, kick, auf rechts, drehen, ankommen, auf, auf, dann haben wir hier. Genau, und damit ihr da besser reinkommt, springt am besten, so leicht, wenn das linke Bein fließt, wenn das linke Bein fließt, wenn das linke Bein fließt, auf das linke Bein. Drehen und haben dann ein relativ schnelles, wieder, Bum, Bum. Denkt, die Arme können erst locker sein und bei dem Rauskehren spannt ihr sie wieder total an, heißt, Bum, Bum. Okay, und, ähm, ruht auch nicht auf dieses hier Drehen und Schillen wieder auf, sondern es ist Drehen und dabei denke ich schon direkt an Bum, 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 okay, weil das sehr schnell aufeinander läuft. Ich würde sagen, wir, ähm, da sind wir jetzt nochmal angekommen, zack, zack, genau, wir bleiben erstmal bis dann, alles von Anfang an und dann machen wir jetzt ein paar Meilen weiter. Habt ihr Spaß? Ja! Ich hab was vergessen! Und zwar mein allercoolster Move! Wir drehen uns und haben dann einen Aufsprung und ihr müsst die allercoolste große Überhaupt machen. Das heißt, drehen und ein und. Das ist wie 4 und. Das heißt, 4 und. Mach da irgendwie eine coole Pose, wo ihr Lust habt. Machen wir noch einmal ab hier. Wir sind klick, absetzen, drehen und auf, auf. Dann klick, klick, drehen und hier. Irgendwas sagt ihr da. Und dann kommt dieses hier. Step, Step. Okay, ich hoffe, alle sind nicht total geführt und kommen trotzdem mit. Ja? Okay, dann würde ich sagen, wir machen nochmal von vorne und dann würde ich euch einfach messen. Willst du euch? Ja! 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 Ja, ich gehe jetzt mal so kurz aus. haben dann guck guck ich hab auch gesehen, ich hab ein bisschen gemogelt, mein Arm kam gerade so, aber war ja nicht so rein. Also gucken wir haben dann guck 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 bum bum. Das ist so schnell, das ist überhaupt nicht schlimm. Das geht nur in Anfangsfokus, ja, mit diesem Watch. Und dann kommt ihr hoch, dreht die Arme, kreist die Arme und habt dann auf links, rechts absetzen, drehen und habt auf, auf. Mein Kopf kommt eigentlich auch mit, aber ich guck ganz oft im Spiegel, weil man das tatsächlich total geortet hat. Also, mit dem Kopf mitgehen und dann haben wir auf links springen und solltet ihr irgendwie irgendwo, ihr könnt auch mit dem Schritt oben irgendwo reinspringen, ja, aber das ist erstmal so. Also, links, klick, klick, drehen. Achtet auch hier darauf, dass wenn ihr hier den Arm haltet, dass der auch einfach dazukommt und ihr euch dann dreht. Und dann kommt dieses, okay? Das ist euer cooler Move. Und dann haben wir nochmal raus, raus, raus. Und dann hört ihr die Musik so, okay? Ähm, also wir haben raus, raus und. Tick, 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 tick. Hm, hm. Wieder wie dieses Vier und. Ich glaub, da sagt er Sechs und oder so. Also, machen wir ab hier weiter. Na, wir haben das auf, also auf rechts und linke Seite und haben dann rechts, 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 rechts. Okay? Und haben tick, 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 tick. Boom. Okay? Nochmal. Fünf, sechs, sieben, eins. Boom. Boom. Und da, 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 da. Boom, boom. Und die Arme wandern sozusagen mit. Und versucht ein bisschen, die Arme schneller zu führen, als die Beine. Das hat dann diesen Effekt. Okay? Als will die Arme euch dahin platzieren. Ähm, genau. Deswegen würde ich sagen, noch einmal ohne Musik. Mit, ähm, fast normalen Tempel. Und dann, ähm, mit Musik ein paar Mal. Okay? Ähm, ist alles zu weit, mehr oder weniger klar? Sehr gut. Gut. Dann, von Anfang an. Fünf, sechs, sieben, acht. Und tick, tick, tick. Boom. Boom. Step, step. Dring und tack, tack, tack. Bei diesen Schritten guck ich sozusagen weg, wenn ich hier bin. Drehen. Drehen. Ich drehe auf links. Habe ich vorhin das? Ich habe welche Zeit. Auf jeden Fall drehe ich auf links. Dann haben wir auf. Auf haben. Drehen. Drehen. Und. Haben dann. Raus. Raus. Und. Tick, 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 tick. Boom. Boom. Und ihr schließt das ab. Ähm. Tick, 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 tick. Abschließen. Mit abschließen meine ich, dass die Arme rankommen. Und dann raus. Und rechter Fuß kommt auch raus. Boom. Boom. Ähm. Ja. Okay. Das bedeutet, wir machen das paar Mal mit Musik. Wie gesagt, bei der vierten Acht steigen wir ein. Und yes. Let's go. Mal mit Sleep. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020